Heyo, hier ist Ronja und die Isi und ich sind heute winzig kleine süße Marienkäfer. Ich meine, guck mal wie groß das hier ist und wie winzig wir sind, wenn du raus scrollst. Wir sind so süß. Oh mein Gott. Oh, das ist voll niedlich. Warte, ich krabbel mal hier die Höhle runter. Uh, warte, ich nehme mal kurz die Blaubeeren. Oh mein Gott, guck mal, da unten ist ein Riesenspinne. Ronja, da, guck. Wo? Siehst du das? Dieses Monster da. Nee. Warte, wo ist eine Spinne? Oh, da war eine riesige Spinne, Ronja. Bist du unten in der Höhle? Warte, hier sind unten so Leute, die kann ich boxen. Das bringt mir XP, wenn ich die boxe, dann werde ich stärker. Ja. Ach was? Ja. Echt, stimmt. Du kannst die boxen. Uh, jetzt bin ich auch ein gelber Marienkäfer. Uh, nice. Cool, 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 cool. Okay, warte, ich krabbel mal nochmal hoch. Und ich bin blau. Krabbel, 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 krabbel. Hier ist so eine große Gottesanbeterin. Wie, ich sehe hässlich aus. Guck mal, wie gucken die Fügel so raus. Oh, die bringen 10. Früchte kannst du essen, ne? Ja, Früchte kann ich essen. Hier sind Blaubeeren, mal gucken, was sie bringen. Uh, okay. Die bringen, ach. Wie viel bringen Kirschen? Kirschen bringen 12. Oh, Kirschen sind bis jetzt am besten. Okay, dann sind die roten. Guck mal, da hinten ist eine Schatzkisse. Oh, können wir die jetzt nehmen? Mal. Können wir da reinkäfern? Common Chest. Die normalen Statuen, die bringen nur, ähm, 2. Und das hier bringt 7. Bin jetzt nicht dunkelblauer. Ja, ich bin jetzt schon. Uh, ist ja hässlich. Okay, ich muss kurz weiterhauen, damit ich nicht mehr so hässlich grau bin. Ich glaube, wir werden immer größer, oder? Warte, wie? Was ist das denn? Das sind eine Stinkekäfer. Das sind Kakerlaken, oder? Ne, ich weiß nicht. Das sind diese, ähm, wo du drauf treten kannst und die so, nicht, weißt du, die so sandig werden. Ich glaube, das ist eine Stinkekäfer. Boah. Okay, das ist... Grün ist okay. Grün ist okay. Ich falle den Marienkäfer zurück. Der Marienkäfer war am süßen. Der blöde... Warte mal, es gibt... Warte, du hast doch recht auf der Seite steht, was als nächstes kommt. Vielleicht kannst du auch. Warte. Zack. Uh, du kannst wieder Marienkäfer werden. Yes. Warte, kriegst du dann weniger Level? Nein, ich glaube, es geht genauso. Ho. Du kannst aussehen wie eine Marienkäfer. Oh, ich bin jetzt irgend so eine... Das ist okay. Die finde ich nicht schlimm. Das sind so Feuerwanzen, oder? Ich kenne mich tatsächlich nicht so gut aus mit Käfern. Was ich als Kind richtig cool fand, waren so Kellerasseln. Ich fand das so cool. Ja, die fand ich cool. Die hab ich gesammelt. Von meiner Mutter nicht so cool. Ja, aber die haben sich so lustig eingekugelt. Stimmt. Ich find die Landschaft hier voll süß gemacht. Okay, wollen wir in die Höhle, oder wollen wir zum See? Wollen wir zum See mal? Ja, wir können mal zum See krabbeln. Krabbel, krabbel, krabbel. So viel Obst. Oh, ist der sehr süß. Guck mal. Ist das Lagerfeuer oben am See? Guck mal, wie cool. Oh, da ist eine lila Kiste. Oh mein Gott, ich seh's. Warte, warte, warte. Wollen wir zu der lila Kiste? Können wir schwimmen? Ja, lass versuchen. Schwimmen Käfer. Oh ja, wir können schwimmen. Können wir? Boah, das ist ja Jackpot hier. Was schnell im Schwimmen? Ja, man, das ist so normal richtig schön. Epic Chest. Okay, das gibt uns 8 XP. Das ist jetzt nicht so viel, wie ich gehofft habe. Aber ich glaube, am Ende kannst du die halt aufmachen, die Kiste. Wir versuchen die alle aufzubrechen, weißt du? Und wenn die offen ist, dann kriegen wir was Cooles. Ja, 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 ja. Weil ich ja auch klicke. Weil du auch klickst, okay. Okay, jetzt sind wir alle da. Okay, jetzt müssen wir klicken. Und? Und? Wer kriegt es? Hast du was gekriegt? Ich hab nichts gekriegt. Vier Sterne hab ich gekriegt. Oh nein. Och Mensch. Da ist noch eine lila Kiste da hinten. Uh. Für ein bisschen Glück kriegen wir die dann. Oh, warte, wie siehst du denn aus? Wie siehst ich aus? Eigentlich ganz okay, oder? Ist gar nicht so schlecht. Ich bin ein roter kleiner Käfer. Ich bin ein lila Käfer. Das passt zu meiner lila Kiste. Der Blaue sieht echt gruselig aus irgendwie. Warte, was bin ich jetzt? Ich bin der Gelbe. Und? Wer kriegt die Epic Test? Ich hab noch gar nichts gekriegt. Oh, warte, hier gibt's Belohnung in 15 Sekunden. Vielleicht sind wir hier perfekt vom Timing im Lavafeld angekommen, dass wir uns hier was mitschnappen können. Also schnell. Okay, sieben Sekunden. Oh. In der Spinnenhöhle. Juuu. Oh, das ist ja richtig gruselig. Wie viele Sekunden? Äh, warte, warte, warte. Ich glaub, das war hier oben, oder? Warte, hier gibt's was. Nein, du musst unten reinkommen. Ich bin unten drin. Aber wir haben noch 22 Sekunden Zeit. Nein, nein, nein. Das ist was anderes. Ach, wirklich? Hä? Ich bin nicht sicher, wie das funktioniert. Da stand irgendwas und dann war der Pfeil aber vor die Höhle. Okay, ich komm mit runter. Komm mit hin. Und? Okay. Warte, kämpft der mit uns? Der kämpft. Der töte uns. Der hat uns angegriffen. Warte, ich greif zurück an. Der tot. Ich avenge dich. Oh, der rennt zu schnell. Ich krieg den. Ich kann dem ordentlich Schaden machen, wenn der kurz stehen bleiben würde, der Blödi. Nein, der ist viel stärker als ich. Oh mein Gott, hier ist ein Riesenskorpion. Wollen wir mal? Nach Stumptown? Ah. Würdest du mal nach Stumptown probieren? Ja, mach mal. Okay. Uh, hier ist so ein kleines Lagerfeuer. Von hier kann ich auch nach Shroomtown gehen zum Beispiel. Ah! Ah! Gebt bloß kein Level weiter, Ronja. Was bist du? Nach dem Blauen, bitte nicht. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber ich bin hässlich. No. Oh, hier sieht einer echt cool aus. Der ist so lila. Okay. Aber der ist bestimmt schon ein richtig hohes Level. Oh, der Blaue ist süß. Ja, ich mag den Blauen. Der Blaue ist cool. Gibt es den Blauen wirklich? Der wirkt, als wäre er ausgedacht. Der Blaue wirkt nicht wie ein echter Käfer. Oh, warte. Ich glaube, ich habe dich gesehen. Warte, bleiben wir stehen. Nein, geh weg. Bleib stehen, bleib stehen. Wollen wir Bette Royale machen? Wollen wir Bette Royale machen? Ich glaube, das verlieren wir. Nein, du bist nicht... Ach, so schlimm bist du gar nicht. Komm, wir gehen hin. Oh, warte, ich habe Ignore gedrückt. Warte, ich möchte mich wieder auf den Marienkäfer machen. Den fand ich süß. Ah, warte mal, aber man hat mehr Leben. Ja, ich war. Der Marienkäfer hat super viel... Oh, warte, ab Level 17 sind wir sowas mit einem dreieckigen Kopf. Jetzt kommen erst mal noch drei Zecken. Iiii, noch eine Zecke. Ja, danach kommt noch eine Zecke. Oh, jetzt bin ich auch eine Zecke. Nein, ich will keine Zecke sein. Iiii. Ronja ist eine Zecke. Selber Zecke. Das stimmt. Wenn ich so die schwarze Zecke... Vielleicht kommt dann nachher eine pinke Zecke. Damit könnte ich leben. Okay. Ja, dann sag das mal, wenn du... Wie weit bist du von der Zecke? Ah, hier ist das Lagerfeuer am Anfang. Das bringt mir gar nichts. Krabbel schneller, kleine Zecke. Du bist viel zu langsam. Sie ist voll schlecht. Schlechteste Zecke. Oh no. Okay, warte, hier ist Cave Town. Ich glaube, das ist das Lagerfeuer. Soll ich nach Cave Town kommen? Äh, ja, komm mal nach Cave Town. Cave Town, okay. I'm on my way. Okay, weil dann können wir von da zusammen reisen. Okay. Ja, ich seh dich, ich seh dich. Du bist eine rote Zecke. Yes, hi. Okay, wollen wir jetzt nach Shroom Town? Okay. Okay, weil dann kommen wir beide am gleichen Ort raus. Ich bin in Shroom Town. Oh, hier ist ein kleines Häuschen. Okay. Guck mal. Ist hier was? Nein, hier ist nichts. Ich wohne hier. Hallo. Ich bin eine Zecke in meinem Zeckenhaus. Ich glaube, das ist alles das Gleiche. Habe ich jetzt gerade herausgefunden. Na. Daumen hoch. Wollen wir Falling Tiles machen? Oh mein Gott, auf die Fliegenpilzen hüpfen. Ja, das machen wir. Oh, wie cool. Ja, ich habe akzeptiert. Okay, me too. Uh. Ich hüpfe bis dahin, bis es losgeht. Ich kann auf die Fliegenpilzen hüpfen. Ah, das ist eins von denen. Okay. Das kenne ich, weil ich habe Fall Guys gespielt. Nein. Okay, ich bin eins drunter. Ich bin noch ganz oben. Du bist noch ganz oben? Ja, und keiner ist bei mir. Ich habe richtig Glück. Ist das nicht schlecht? Die Zagrebs. Die machen mir alles kaputt, die Leute. Oh, ich weiß. Die wollen nicht, dass man gewinnt. Ich wünschte, die würden nicht alles zerstören. Oh mein Gott, ich bin so weit runtergefallen. Ich bin auf dem Roten. Ich bin... Oh. Okay, warte. Wenn ich das Rote abschneide, damit die anderen dann nicht draufkommen. Der zerfrisst hier alles, der Blöde. Der hat keine Ahnung. Der sabotiert mich. Nein. Ich bin runtergefallen. Oh oh. Wo bist du? Tot. Ich finde Zecken sind die coolsten Käfer aller Zeiten. Oh, das ist eine Banane. Ja, hol die Banane. Du bist für die Banane weg. Äh. Ich habe sie nicht geküttet. Wer hat sie bekommen? Der blöde Andere. Oh, das ist voll. Mein Feind. Ich weiß nicht, wie er heißt. Unser Feind. Unser Feind. Unser aller Feind. Ich will wissen, was nach der Zecke kommt. Okay, okay, okay. Du kannst ja schon gehen. Nein, dann gehe ich nicht. Dann bleibe ich hier. Bleibe ich hier. Du glaubst mir nicht meine Sache, Bonja. Ich glaub jetzt auch deine Sache. Unfair. Da hinten ist eine Banane. Oh, nimm sie dir. Nimm sie dir. Hol sie dir. Nein, sie ist vor dir. Ich sehe sie nicht. Geh nach links, schnell. Ich gehe nach links. Hol dir bloß nicht die Kirsche. Hier ist nur meine Banane. Mein. Du hast nicht... Hier ist keine Banane. Du lügen. Ich weiß. Du lügen wollt. Frech. Kommt die... Oh, hier ist aber wirklich eine Banane. Ist da wirklich eine Banane? Ja. Hier ist wirklich eine Banane. Oh, das soll. Ha, 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 ha. Doof gelaufen, ne? Die Strafe holt auf den Füßen. Die Strafe... Ja, das ist Instant Karma. Wie viele XP brauchst du? Ähm, ich glaube, ich brauche noch 35 noch. Okay, oh, das ist leicht. Noch eine Kirsche und ein paar Blauweer. Und zwölf. Bist du das da bei mir? Ich bin bei dir. Okay, komm, wir holen sie uns. Okay. Ich nehme dir deine Sachen nicht weg. Das ist nett. Okay. Drei. Und? Und? Oh, wie süß. Naja. Das bin ich. Naja. Doch, das sieht besser aus als eine Zecke. Hey, ich sehe viel cooler aus. Ich kann mich rollen. Ich glaube, ich bin gar keine Zecke. Ich bin eine Assel. Ja, weil es so cool ist, eine Assel zu sein. Ja. Problem, damit wir es nur... The Legendary Crate. Guck mal. Okay, das müssen wir noch machen. Okay, rote Zecke. Guck mal, da ist eine Spinne. Oh, du bist pink. Yes, ich bin pink geworden. Oh, du siehst voll süß aus. Oh, du bist auch besser als eine Zecke. Ja, okay, ganz ehrlich. Er hat mich geföhnt. Ey, mich auch. Nein, lauf weg. Hat die Spinne dich erwischt? Nein, das hässliche Vieh hat uns geföhnt. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Ganz ehrlich, sollte man nicht unter Käfern freundlich sein? Voll unhöflich. Voll unhöflich. Ja. Mann. Wo bist du? Hier, bei dir. Ah, da bist du da. Ja. Okay. Gut, dann sind wir jetzt aber... Was ist das für eine Art von Käfer? Wenn das irgendjemand weiß, ja? Schreibt das in die Kommentare. Aber ich sage, der ist frei erfunden. Ich sage, so einen Käfer gibt es nicht. Ihr habt das noch nie gesehen, ein freier Wildbahn. Ich kenne mich jetzt zwar nicht super aus, aber ich bin im Wald aufgewachsen, ja? Und da war ein Käfer. Ja, gut. Das war es mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, was euer Lieblingskäfer ist oder war. Oder habt ihr vielleicht gar keinen Lieblingskäfer? Ich habe keinen Lieblingskäfer. Oh, ich esse mich auch nicht. Oh, no. Aber vielleicht habt ihr... Nein. Aber abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und schaut unbedingt bei der Easy vorbei. Und abonniert auch dort, dann verpasst ihr dort auch keine Videos mehr, weil wir machen da auch welche. Und die sind vielleicht, vielleicht aber auch nicht auch cool. Wer weiß. Müsst ihr selber rausfinden. Gute Mance gibt es zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.